So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-Round-Up. Wir werfen heute mal wieder einen Blick auf eine Aktie, die in der letzten Zeit weniger gut an den Märkten performt hat, kann man so sagen. Wir werfen uns gleich Bayer angucken. Natürlich, die Märkte sind in den letzten Tagen sowieso etwas abgesagt. Also wir haben ganz global gesehen, dass die Aktienmärkte einfach wieder etwas korrigiert haben. Bei dieser Aktie ist es allerdings überproportional so der Fall. Und ja, ich rede nicht viel vorweg, sondern wir starten einfach rein. Wir gucken uns wirklich Bayer einmal an. Das heißt, einmal kurz auf die Historie von Bayer. Was sind aktuell die Probleme? Und wir blicken auch auf den Wandel, den der neue CEO aktuell schaffen möchte. Und so ein bisschen, ja, was sich da in den letzten Zahlen schon gezeigt hat. Er ist jetzt ungefähr ein bisschen was länger als ein halbes Jahr auch CEO. Und dementsprechend, ja, eben gegebenenfalls auch schon mit einigen Neuerungen. Was ist bei Bayer los? Wir fangen mal an mit einem kurzen Blick auf den Chart. Und ja, der Chart, der sieht so aus. Wir sind jetzt hier mal wirklich im Monatschart, also wirklich auf einem großen Bild unterwegs. Was wir hier sehen können, ist quasi also jede Kerze, die einen Monat abbildet. Und ganz deutlich sieht man, ja, wie Bayer sich seit dem Hoch ungefähr 2015 ja immer wieder in einem Abwärtstrend befunden hat. Immer wieder mit kleinen Zwischenhochs, aber eigentlich immer kontinuierlich mit tieferen Hochs. Ja, bis es zuletzt einen relativ starken Abverkauf dann mit Beginn diesen Jahres oder Ende letzten Jahres gegeben hat. Man sieht es ziemlich deutlich, die Aktien mittlerweile auf Unterstützungslinien aus den Jahren 2012 beziehungsweise teilweise auch 2006, wenn man hier in diese Richtung blickt. Es gibt noch so einen Zwischenhoch hier, so was ungefähr bei 2009 mit einem Zwischentief, ja, ungefähr bei so 20 Euro. Was wir aber ganz gut sehen können ist, ja, dass die Unterstützungen wirklich weit, weit in der Vergangenheit liegen. Also wir haben in den letzten Monaten und Jahren hier eigentlich nichts, was die Aktie wirklich signifikant unterstützen würde. Es gab hier mal diese Zwischenlinien bei 40 Euro, quasi die Hochs aus den Jahren 2011, 2012, 2007 hier auch mal in Kürze. Was wir aber sehen können, das ist lange vorbei. Die Aktie hat sich seither fast wieder halbiert. Und wir sind jetzt eher bei Linien so um die 25 Euro, 26 Euro. Und ja, da ist aktuell sogar noch ein bisschen Platz bis nach unten. Wie gesagt, diese 20 Euro wären dann so der nächste Tiefpunkt nach der Finanzkrise, die wir gesehen haben. Also Aktionäre freuen sich nicht, die aktuell länger dabei sind, auch weil man hier wirklich auf die Dividendenrenditen setzt. Die waren in der letzten Zeit so mal bei etwas jüngeren Einstiegen bei um die 8 Prozent. Hierbei gesagt vor der letzten Dividendenkürzungen, denn auch die gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Also die Dividende wurde um 95 Prozent eingekürzt. Und dementsprechend bildet sich auch in der kürzeren Zeit jetzt mal hier im Tageschart ein ähnliches Bild. Wir haben hier so einen Keil, der quasi zusammenläuft, der auch hier kein gutes Bild vermittelt. Also deutliche Abwärtstrend, auch die Unterstützungslinien in einem deutlich tieferen Segment immer wieder unterwegs. Der ist eh so im Mittelfeld. Also wir haben uns wirklich auch in dem langfristigen Abwärtstrend eingependelt. Das ist kein starker Abverkauf mehr, so wie wir ihn hier mal zuvor gesehen haben. Im Dezember und im Februar, sondern mittlerweile ist der Abwärtstrend hier relativ kontinuierlich eingependelt. Es gab eine Zwischenerholung, die jetzt wieder verfallen ist. Und wenn man auch auf die längeren Vergleiche blickt, da muss man sagen, tut sich Bayer sehr, sehr schwer. Obwohl der Gesamtmarkt ja eigentlich auf einem ganz guten Weg zuletzt wieder war. Man sieht hier im Vergleich mal den Europe Health ETF. Also hier geht es um einen breiten ETF verschiedener Unternehmen, die im Bereich Gesundheit, Gesundheitsbranchen, aber auch im Bereich Agrarprodukte oder auch Korps, also Samen für Aktien, für Bauern unterwegs sind. Und wir sehen halt, dass seit dieser Übernahme von Monsanto 2008 sich dieser Index sehr positiv entwickelt hat. Zwar ein bisschen unter dem Marktdurchschnitt, aber trotzdem rund 73% an Entwicklungen über die letzten Jahre dann hinlegen konnte. Also knapp unter 10% dann auch in den letzten Jahren in der Vergangenheit. Und was wir gesehen haben, dass Bayer ja in dieser Zeit rund 70% verloren hat. Das bedeutet ja, dass man sich hier wirklich deutlich auch vom Marktsegment weg bewegt. Und dafür gibt es Gründe und diese Gründe wollen wir uns mal anschauen. Die bekanntesten, die wir natürlich kennen, sind die Monsanto-Übernahmen und die Kosten, die dort damit zusammenhängen. Also man hat damals die Aktie oder den Konkurrenten Monsanto übernommen für knapp 63 Milliarden Euro. Und hier muss man an der Stelle sagen, dass diese 60 Milliarden oder über 60 Milliarden, die man hier für die Übernahme bezahlt hat, damals schon eine teure Übernahme auch für Bayer waren. Auch mit dem damaligen Börsenwert von Bayer sehr, sehr hoch angesetzt waren. Bayer war ähnlich viel wert, ein bisschen mehr wert. Und jetzt ist das Unternehmen von der Marktkapitalisierung bei um die 20, 24 Milliarden angekommen. Das heißt, seit der Übernahme ist der Unternehmenswert von Bayer und dementsprechend natürlich auch der Unternehmenswert von Monsanto deutlich, deutlich zurückgegangen. Woran liegt es im Kern? Natürlich an der großen Entwicklung rund um diese Schadensersatzansprüche, die mit der Übernahme von Monsanto auf Bayer übergegangen sind. Man hat sich damals, 2018, darauf eingelassen, dass man quasi alles, was Monsanto in der Vergangenheit gegebenenfalls salopp verbockt hat, also wo Schadensersatzansprüche entstanden sein könnten, dass die alle auf Bayer übergehen würden. Das ist dann auch passiert. Und in Summe hat der Konzern hier knappe 16 Milliarden Euro auch an Rückstellungen für diese Schadensersatzansprüche mittlerweile gebildet. Und das hat so ein bisschen den Abwärtspfad gestartet. Zusätzlich muss man sagen, kommt mit einer sehr teuren Übernahme natürlich auch eine hohe Finanzlast auf einen zu. Also man hat mittlerweile sehr, sehr hohe Schulden, die auch auf Bayer lasten. Und wir werden diese ganzen Segmente gleich mal kurz aufbrechen. Das ist aber so gerade das, was die Aktie beschäftigt. Und die große Frage ist natürlich, jetzt sind wir teilweise auf Tees von den Jahren 2008, 2010, 2012. Also es ist über zehn Jahre her, dass wir zuletzt diese Kurse gesehen hatten. Die Aktie hat damals deutlich weniger Umsatz gemacht, teilweise ein Drittel weniger Umsatz. Und dementsprechend ist natürlich die große Frage, wann gibt es den Turnaround? Also wann ändert sich das Ganze wieder? Wann schafft es Bayer wieder auf den richtigen Zweig zu kommen? Vielleicht auch wieder, wie gesagt, zu Konkurrenten der Branche hier auch aufzuschließen und ein positives Geschäftsumfeld für sich wieder zu schaffen? Der neue CEO hat Weichen dafür gestellt. Welche das sind, dazu kommen wir dann später nochmal. Vorher ein kurzer Blick auf die Branche ganz generell, denn ich habe es gerade eben angeguckt, 2016 ging es dann los mit der Übernahme, 63 Milliarden Dollar. Danach gab es nochmal diese Hochs, die wir gesehen haben. Dann gab es 2018 final dann auch wirklich die Übernahme, die dann durchgegangen ist. Und dann hat der Absturz der Aktie fast begonnen. Also danach ist es immer wieder deutlich rückläufig gewesen. Das ist jetzt eine Chronik bis 2019. Da sieht man, da waren die Aktie ungefähr 40 Prozent im Minus. Jetzt haben wir gerade eben gesehen, ist die Aktie seither nochmal deutlich gefallen. Also nochmal knapp 30, 40 Prozent mehr von diesem Standpunkt aus. Also man ist von den Hochs 80 Prozent entfernt, von der Übernahme ungefähr 70 Prozent entfernt. Man muss generell sagen, dass diese Prozesse einfach viel, viel Geld kosten, Zeit kosten und auch natürlich ein Image-Schaden sind für Monsanto und dementsprechend halt auch für Bayer jetzt als Konzern, der da drüber steht. Wie sah die Landschaft vorher aus, vor der Übernahme? Ja, man kann sagen, vor der Übernahme war Bayer trotzdem schon einer der Größten im Bereich Agrochemicals in diesem Fall. Also alles, was im Bereich der Agrarprodukte und der Samen für die Agrarwirtschaft liegt. Man war damals die Zwei, hat dann Monsanto übernommen, ist seither auch immer noch nach Umsatz der größte Produzent in diesem Bereich. Es wird hier in dieser Grafik ganz deutlich, also dieses Pestizid- und Samengeschäft hat Bayer am Ende dazu geholfen, dass man durch die Übernahme wirklich auf Platz 1 gerutscht ist, auch bis heute dort bleibt. Allerdings schafft man halt nicht, daraus irgendwie Kapital zu schlagen, sondern man hat seither eigentlich nur mit Kosten zu kämpfen. Es gibt weitere große Player auch noch auf dem Markt, Dupont, Dau, auch da gab es wieder verschiedene Übernahmen. Wir haben vor einigen Wochen auch über BASF gesprochen, die auch ziemlich groß in diesem Bereich sind, zwar nicht in dem Seed-Bereich, also nicht in dem Bereich des Saatguts, sondern wirklich im Bereich der Pestizide, wo man beides halt verbindet. Dann ergibt sich diese große Landschaft der Agrarprodukte und hier sieht es nochmal in der Übersicht von Welt damals ganz gut aufgezeichnet. Also es gab diesen Umsatz hier von Bayer, der sich eigentlich aus Pharma und Agrochemie zusammengesetzt hat. Dann gab es halt die Übernahme von Monsanto, der dazugekommen ist. Der Umsatz hat sich damit deutlich gesteigert und auch die Umsatzverteilung hat sich deutlich gesteigert. Man ist dann auf so einem 50-50-Teil ungefähr gekommen. Wir gucken uns gleich nochmal an, wie es aktuell heute ist, die Aufteilung. Aber man ist halt dadurch wirklich der größte Konzern überhaupt geworden und das ist so der Market Share, der man hier auch gesehen hat 2021. Also wirklich mit knapp 17 Prozent ganz, ganz oben mit dabei und auch immer noch führend. Aber wie gesagt, das große Problem, das durch die Übernahme entstanden ist, sind diese Schadensersatzforderungen, weil er immer noch im Verdacht steht oder auch teilweise bestätigt wurde, dass bestimmte Bereiche oder bestimmte Teile von Glyphosat halt krebserregend sind oder sein sollen. Ich möchte mir diese Diskussion jetzt hier nicht starten, aber grundsätzlich gibt es Schadensersatzforderungen, die daraus entstehen. Auch Schadensersatzforderungen, die von Gerichten bestätigt wurden. Und die verfolgen gerade Bayer zusammen mit einer hohen Zinslast, zusammen mit dementsprechend gerade auch höheren Zinsen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Komplott. Jetzt kann man aber sagen, okay, Bayer, und ich gehe nochmal, bevor wir in die Geschichte gehen, einmal zurück, besteht halt nicht nur aus diesem Saatgut und nicht nur aus dem Agrochemie-Bereich, sondern man hat halt auch eine große, große Farmersparte, die bis vor der Übernahme auch definitiv der größte Absatzmarkt war und auch heute immer noch der größte Absatzmarkt ist für Bayer. Und an der Stelle sagt man natürlich, was ist eigentlich mit dieser Sparte? Hebelt die das Geschäft nicht auf? Würde die nicht dazu führen, dass Bayer auch in Zukunft wieder profitabler wird und langfristig erfolgreich profitabler wird? Wieder gucken wir uns kurz an. Vorher ein kurzer Blick auf die Geschichte, wie ist Bayer eigentlich entstanden? Denn der Konzern ist wirklich schon alt, 1863, ähnlich damals wie bei BASF entstanden, rund um das Thema Farb, Farbchemie, wie man Farben kreieren kann und wie man auch Farben generell nutzbar macht für Textilien, für viele verschiedene Bereiche der Industrialisierung, der Textilindustrie. Und das hat auch zu schnellem Wachstum in den ersten Jahren geführt. Also von 1860 bis 1881 ist man wirklich groß geworden, expandiert. Man hat auch bereits früh in Europa expandiert. Man hat dann aber auch mehrere Sparten mit dazu genommen, weitere Geschäftsfelder entwickelt. Aspirin ist ja immer noch heute so ein Kassenschlager von Bayer. Er wurde damals quasi entwickelt und hat ja dazu geführt, dass Bayer auch in diesem Pharma-Bereich deutlich gewachsen ist, auch dort quasi ja deutliche Marktanteile gewinnen konnte. Es war damals wirklich, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Wundermittel, aber war doch damals sehr, sehr breit auch genutzt und viel genutzt. Dann gab es den Ersten Weltkrieg, wie es oftmals so ist bei den älteren deutschen Konzernen. Das Ganze hat den Konzern einmal auf den Kopf gestellt. Man wurde also in diesem chemischen Bereich auch sehr, sehr viel für Munition, für Waffen und Ähnliches, für Chemikalien im Rahmen der Krebswirtschaft. Ja, quasi wurde das Ganze genutzt. Das heißt, das war das Problem. Dann gab es die hohe Inflation. Also man hatte so, so viele Probleme auch im Ausland, auch im Rahmen von der Wertigkeit der Produkte, die aus Deutschland kommen. Und das hat dazu geführt, dass der Konzern sich quasi nach dem Krieg wieder neu erfinden musste, fast von Null starten musste. Es gab dann diesen Zusammenschluss der deutschen Farbunternehmen zu den IG Farben. Wir haben das Ähnliche, wie gesagt, auch ja bei BASF gesehen. Und diese IG Farben haben eigentlich die Idee dahinter, wieder zum Weltmarkt als geschlossenes Konglomerat zurückzukehren. Denn die Konkurrenz hat in den Jahren des Weltkriegs nicht geschlafen. Es gab also viel mehr Konkurrenz, gegen die man sich durchsetzen musste, aber auch einen größeren Markt. Diese IG Farben hat dann am Ende dazu geführt, dass man wieder Anschluss gefunden hat. Kurz danach hat allerdings, ja, der nächste Weltkrieg seine Tribute verlangt. Das heißt, dann gab es wieder Kriegswirtschaft. Es gab wieder den Umsprung. Es gab danach wieder die Zerschlagung der IG Farben. Und daraus ist auch dann die Bayer AG entstanden. In dem Fall, ich sehe dann Farbenfabrik Bayer AG, nachdem dieser größere Konzern von den Alliierten zerschlagen wurde. Es gab dann vier Werke, die einem zugeteilt wurden. Eins davon war auch immer noch Bayer. Und auch heute besteht ja quasi die Region Bayer und Leverkusen zu großen, großen Teilen immer noch aus Werken rund um die Bayer AG. Das Ganze hat dann aufgeblüht in dem Wirtschaftswunder der Bundesrepublik, kann man so sagen, bis zur Ölkrise hin. Da gab es dann wirklich die ersten Probleme, denn viele, viele dieser chemischen Produkte haben halt Öl entweder als Untersubstanz beigemischt oder halt Öl im Rahmen von höheren, oder Öl im Rahmen von Energie genutzt oder zu Energiegewinnung genutzt. Und dieser höhere Preis hat dann dementsprechend diesen Export- oder die Konkurrenz weltweit etwas gestoppt oder etwas ausgebrenzt. Dann ging es quasi darum, weiter zu expandieren. Das heißt, man hat die Geschäftsfelder nochmal segmentiert. Man hat neue Geschäftsfelder mit dazugenommen. Auch das Thema Saatgut war quasi dann immer wieder ein größeres Thema. Und man hat dann auch ein bisschen aufgehört, eigene Geschäftsfelder immer weiter auszubauen, sondern ist sehr, sehr stark über Übernahmen gegangen. Also dieses Thema Monsanto war keine Ausnahme, sondern hat seit den 2000ern eigentlich kontinuierlich Geschäftsbereiche von Konkurrenten aufgekauft, neu komplette Unternehmen aufgekauft. Und Monsanto war quasi nur die Spitze des Eisbergs da, die der sehr, sehr hohen und teuren Übernahme, kann man sagen. Ja, und die hat dazu geführt, was zu dem, was wir heute eigentlich sehen oder hat mit dazu geführt. Wir haben also aktuell einen Konzern, der knapp 100.000 Mitarbeiter hat. Eine Marktkartisierung, wie gesagt, nur noch von ungefähr 26 Milliarden Euro. 2018 die Übernahme von Monsanto für 63 Milliarden. Das heißt, ja, da ist ganz, ganz viel Wert, zumindest der Unternehmen aktuell verpufft. Woran liegt es so ein bisschen? Ja, die aktuellen Umsatzzahlen zeigen es. Der Umsatz ist rückläufig und auch in den letzten Jahren eher rückläufig gewesen, auch wenn es mal positive Impulse wieder gab durch das Thema Saatgut und auch durch die Krisenherde, die teilweise entstanden sind, wovor man profitiert hat. Man hat aber einen Umsatz, der deutlich höher ist als die Niveaus, ich habe es angesprochen, als der Aktienkurs in ähnlicher Höhe mal vor 10, 15 Jahren zu sehen war. Wir sehen trotzdem diesen kontinuierlichen Verfall. Die Dividende hat es ein bisschen aufgehoben, aber auch in diesem Jahr, ja, muss man sagen, zeichnet die Aktie kein gutes Bild. Wir haben weiterhin ungefähr 22 Prozent verloren, obwohl die Märkte ja doch in den letzten Monaten tendenziell eher gestiegen sind. Und obwohl wir eigentlich auch ein ganz gutes Geschäft haben, also wir sind ja immer noch in Großteilen im Pharmaziegeschäft unterwegs, wir haben 60 Prozent Grossmarge, 6 Prozent negative Profitmarge, die dann dazu führt, dass wir diesen negativen Gewinn haben. Und wozu führt es, kann man so sagen, ja, eigentlich einen Umsatzrückgang in fast allen Bereichen, einen Umsatzrückgang, der auch noch zusätzlich befeuert wird von einer Abschreibung von Wertigkeiten im Unternehmen, der dann auch wirklich dazu führt, dass der Gewinn ins Negative oder deutlich ins Negative rutscht. Ganz generell versucht man gerade Kosten zu sparen. Das sind die Ideen, die man zumindest aus Sicht von Bayer umsetzen möchte. Wie gesagt, die Dividende wurde gekürzt um 95 Prozent, um auch wirklich die Schulden zu tilgen. Und das führt dazu, dass wir unten einen Kursumsatz mittlerweile Verhältnis von 0,6 haben. Das heißt, wir haben ein Unternehmen, was sehr, sehr günstig bewertet ist, einen Kurs, wie gesagt, auf den Niveaus der 2000er. Bayer hat das mal hier so zusammengefasst, das Geschäftsjahr 2023. 2023, also ein Konzernumsatz, der zum einen rückläufig war, zum anderen aber belastet war auch noch durch Währungseffekte. Immerhin um zwei Milliarden Euro negativ beeinflusst, insbesondere natürlich auch aus einem starken Dollargeschäft heraus. Sondereinflüsse im EBTA, wie gesagt, diese Wertminderungen stecken da ganz stark drin. Aber man sieht auch, der Crop Science Bereich, der war sehr stark rückläufig. Und der hat im letzten Jahr noch dafür gesorgt, dass der Gewinn deutlich positiv war und dass der Gewinn sich mal wieder in die richtige Richtung bewegt hat. Jetzt ist dieser Bereich wieder deutlich rückläufig, insbesondere auch durch gesunkene Glyphosatpreise. Also der Übeltäter eigentlich, der hat sich lange Zeit wirklich gut verkaufen lassen. Das war auch damals ein Grund für die Übernahme. Jetzt ist es so, dass diese Preise für diesen Übeltäter auch noch weiter gesunken sind und dementsprechend der gesamte Bereich auch ins Negative gerutscht ist. Wir sehen das gleich nochmal in Übersicht. Pharmaceuticals und Consumer Health sind die anderen beiden Bereiche. Die sind auch eigentlich ganz positiv, machen zusammen knapp über 50 Prozent des Umsatzes aus, während Crop Science so knapp unter 50 Prozent Marke ist. Also dieses Halb-Halb-Thema stimmt immer noch ungefähr. Trotzdem gab es dieses negative Konzernergebnis, diese Wertminderung. Und man muss sagen, dass die Netto-Finanz-Verschuldung auch weiterhin gestiegen ist. Wir sind mittlerweile ungefähr bei 35 Milliarden Euro Verschuldung. Bei einem Börsenwert von knapp 23 Milliarden kann man sich auch vorstellen, wo sich dann so ein bisschen der Börsenwert hin verschoben hat. Die Dividende deutlich rückläufig, 95 Prozent eingekürzt, insbesondere halt auch um diese Verschuldung hier zu tilgen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, naja gut, was macht man in der Zukunft? Wo soll es weiter hingehen? Was hat Bayer eigentlich vor? Naja, man sieht sich eigentlich in drei Bereichen. Wie gesagt, dieser Crop Science-Bereich, man sieht ihn hier unten, 49 Prozent des Umsatzes. Den Pharmaceuticals-Bereich, also hier wird es wirklich um Medizinprodukte. Das ist der 38-prozentige Bereich, den wir hier sehen. Und den Consumer Health-Bereich, also eher diese klassischeren Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, die stecken insbesondere hier in diesen 13 Prozent. Und so ist man eigentlich aufgestellt und möchte über all diese Wege ja eigentlich einen Benefit für die Gesundheit der Bevölkerung machen und für die Nahrung der Bevölkerung. Und so stellt man sich quasi auch hin. Man sagt quasi, health for all, hunger for no one. Also man sagt, keiner soll hungern und alle sollen gesund sein. Und dafür tritt Bayer ein, indem man diese drei Bereiche hier beschreibt. Also man möchte Samen, Saatgut und halt Pestizide nutzen, damit wir alle genügend Essen haben. Wir sollen alle gesund sein durch Medizinprodukte und halt durch vielleicht Nahrungsergänzungsmittel. Das ist das, was Bayer quasi als sich auf die Fahne geschrieben hat. Warum ist das so? Ja, man sieht drei große Ziele. Man sieht zum einen, dass wir immer älter werden. Die Bevölkerung, insbesondere im Westen, wird also deutlich älter als noch vor einigen Jahren und hat mehr Krankheiten in dieser Zeit natürlich, die es zu bekämpfen gilt. Das heißt, da schlägt der Medizinbereich zu Buche. Dann sagt man, okay, die Bevölkerung wächst global weiter. Wir stehen vor Herausforderungen, auch im Rahmen von immer extremer werdendem Wetter und wir brauchen quasi gutes Saatgut, was dort gegen robust oder was robust dort gegen hilft, um mehr Erträge zu generieren. Also das ist der Bereich. Und wir sollen natürlich ja so ein bisschen regenerativer werden und dementsprechend auch vielleicht effizienter werden. Und auch das möchte man damit bekämpfen. Das ist die Idee. Ob das aktuell so klappt, sieht man ganz gut in diesem Bereich der Umsätze. Wie gesagt, die Bereiche waren alle rückläufig. Also man sieht hier das 2022 Ergebnis in schwarz, das 2023 Ergebnis in blau. Man sieht, der Crop Science Bereich war rückläufig knapp 4%. Der Pharmaceuticals Bereich war leicht rückläufig mit minus 0,4%. Und der Consumer Health Bereich, der war auch hier so leicht rückläufig, aber fast nicht nennenswert, kann man so sagen. Wie entwickelt sich generell das EBIT oder die Gewinne dementsprechend? Also man sieht hier, man ist bei diesem Crop Science Bereich von einem positiven Segment in ein negatives Segment gerutscht. Wertminderung, aber auch die gesunkenen Preise sind ein Problem. Der Pharmaceuticals Bereich nimmt ebenfalls ab und auch der Consumer Health Bereich hält sich gerade noch so ein bisschen stabil. Und das an vielerlei Stellen eigentlich trotz gesunkener Kosten, kann man an der Stelle sagen. Also man sieht es hier unten, diese Entwicklungskosten zum Beispiel sind alle eher rückläufig oder zumindest konstant. Also man versucht ein bisschen Kosten zu sparen und all das im Kern halt, um künftig auch die Schuldenlast etwas zu drücken. Denn die schlägt auf die Bücher. Wir sehen das gleich nochmal. Wo ist man so global oder geografisch verteilt in der Welt? Wir haben einen großen Teil aus Nordamerika, da auch der starke Dollar her und dementsprechend auch so ein bisschen dieser negative Währungseffekt von 2 Milliarden Euro auf den Umsatz. Wir haben ein relativ starkes Geschäft auch in Asien, aber hier sehen wir auch diese rückläufigen Parameter. Wir haben auch noch ein starkes Europageschäft, also quasi den Heimatmarkt. Und ja, Lateinamerika ist so ein bisschen das neue Buch, wo man eigentlich ein bisschen zukünftiges Wachstum auch noch sieht. Wenn wir jetzt mal in die einzelnen Bereiche reinschauen, dann sieht man hier diesen Crop Science Bereich und wie sich das Ganze so ein bisschen verändert hat. Also das Saatgut, der Bereich ist eigentlich ganz gut oder ist beständig, kann man sagen. Herbizide, Fungizide, also alles, was in den Pestizidbereich fällt, der ist rückläufig. Und das Gesamtsegment ist dementsprechend auch hier rückläufig. Hier mal ins nächste Segment, also das Pharmaceuticals-Segment, das Segment, was sich damit beschäftigt, neue Medikamente zu erforschen und auch an den Markt zu bringen, Patente dafür herauszubringen. Da geht es immer das große Thema rund um Xarelito. Ich versuche es mal so auszusprechen. Wir haben Ailea und Mirena und diese drei Medikamente, kann man sagen, machen einen Großteil auch schon aus. Also wir sehen es hier, wir sind hier knapp bei ungefähr 8000 in der Summe, sowohl 2022 auch als 2023. Das ist schon leicht rückläufig gewesen und damit sehen wir, dass es hier knapp ein Drittel ungefähr der Gesamtumsatzerlöse ausmacht, während viele der weiteren Medikamente hier nur einen kleinen Anteil ausmachen. Warum ist das so wichtig? Na, diese Top-Medikamente, die wir hier gesehen haben, bei denen laufen die Patente auch bald aus. Also wir haben hier zum Beispiel Xarelito. Die Patente laufen eigentlich dieses Jahr aus. Es gibt dann teilweise Verlängerungen und aktuell gibt es immer wieder Nachrichten rund um diese Klagen, ob die Patente verlängert werden oder nicht oder wann sie wirklich auslaufen oder nicht. Wir sehen aber, dass diese Medikamente oder das Auslaufen dieser Medikamente definitiv im Raume steht. Das heißt, wir sehen es hier bei Xarelito. Die Uhr tickt und das ist immerhin das größte Medikament aktuell in der Pipeline mit knapp 4 Milliarden Euro. Wir haben oben Ailea 2025, also das zweitgrößte Medikament, was auch quasi davor steht, dass die Patente auslaufen. Und an der Stelle muss man halt sagen, es kommt aktuell nicht so viel nach. Ich nehme mal ganz kurz zurück. Und diese Medikamente müssen natürlich eigentlich viel Umsatz generieren, weil wie es so oft ist, gibt es wenige große Kassenschlager, die dann auch gute Profite erzeugen. Das heißt, die Margen auf diesen Produkten sind eigentlich gut. Und längere Patente würden dem Unternehmen helfen. Ja, aber auch da gibt es immer wieder Gerichtsprozesse darum. Also Bayer muss mittlerweile eine Armada an Anwälten haben, um diese ganzen Prozesse auch zu bewältigen. Gucken wir noch auf den letzten Bereich, das ist der Consumer Health Bereich, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel da ganz oben mit dabei. Allergien, Erkältungen sind auch mit dabei. Der Bereich hält sich eigentlich stabil. Ist so ein bisschen zu sehen, wie das generelle Konsumgeschäft aktuell. Wir sind da nicht in dem großen Wachstumsmodus unterwegs, was auch die generelle Konjunktur zeigt. Aber die Umsätze sind da relativ stabil. Das ist alles so ein bisschen geführt auf die Probleme. Und jetzt haben wir den neuen CEO und er hat eigentlich so ein bisschen angefangen, die Kernthemen zu fokussieren. Auch da gab es ja einen Kampf um den CEO. Kommt der, kommt der nicht? Gibt es diesen Wandel? Auch jetzt gibt es mal einen externen CEO. Und ja, das Gute ist schon mal an der Stelle, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Also er adressiert wirklich die Probleme. Das sind auch so ein bisschen die Probleme, die wir hier beschrieben haben. Insbesondere auch das Thema der hohen Verschuldung. Ja, das ist ja eigentlich ganz gut aufgestellt, denn er sagt, okay, was ist unser Ziel? Er hat definiert, wo das Unternehmen hin möchte. Also die Brand, er will ja stärken. Er will diese drei Bereiche stärken. Er möchte die Forschung dort weiterhin vorantreiben. Er möchte aber insbesondere auch Kosten sparen, um ja diese Probleme hier zu adressieren, um die Gerichtsprozesse auch zu minimieren. Und auch da wieder zu versuchen, den Fokus auf die Entwicklung zu bekommen. Denn ja, diese hohe Verschuldung oder die hohen Kosten sind ein Problem für Bayer. Wir haben es in den Umsätzen gerade gesehen. Wir haben eigentlich 47 Milliarden, von denen aktuell nichts übrig bleibt. In den letzten Jahren waren es immerhin knapp 4 Milliarden. Das sind aber auch unter 10 Prozent Marge. Auch das war in der Vergangenheit schon mal besser. Das Zinsergebnis sehen wir hier. Also wir zahlen 2023 im Kern 1,6 Milliarden an Zinsen. Dem stehen natürlich ein paar Erträge auch gegenüber in der höheren Zinswelt. Aber trotzdem sieht man, dass diese hohe Verschuldung natürlich ein Problem ist für das Unternehmen. Und dementsprechend auch das Ziel ist, über Dividendenkürzungen das Ganze zu erreichen. Also alle, die vor längerer Zeit oder vor kurzem vielleicht mal in Bayer investiert haben, für diese hohe Dividendenrendite, die natürlich logisch war durch den fallenden Kurs. Wir haben da teilweise 8 Prozent gesehen. Die wurden enttäuscht, weil die Dividende halt wirklich um 95 Prozent hier eingestrichen wurde. Viel ist nicht mehr übrig. Dementsprechend ist das jetzt für die nächsten drei Jahre das Minimum. Man hat sich auch für die nächsten drei Jahre schon genau in diesem Umfeld so gezeigt, dass das nicht mehr wird als dieser Minimum-Dividende. Und dementsprechend ist bei jetzt auch aktuell kein Dividendenunternehmen mehr. Also wir sehen hier nur negative Zahlen. Die Zukunft muss also in der Erholung des Geschäftes liegen. Die ist aktuell prognostiziert 2024 bei einem konstanten Währungsverhältnis. Ja, in negativen oder ganz leicht positiven Wachstum im Rahmen der Umsätze. Das EBITDA, auch das sieht nicht positiv aus. Auch da sieht man eher eine negative Entwicklung. Zwar soll die Gewinne wieder zurückkommen ohne diese Sondereffekte und durch den Free Cashflow, auch durch die gekürzte Dividende soll hier quasi wieder so langsam die Verschuldung abgebaut werden. Wir sehen es hier in Net Financial Debt von diesen 35 Milliarden runter, etwas auf die 32 bis 33. Aber der Weg ist noch relativ lange, muss man sagen. Und in der Stelle gibt es den Versuch, einen Turnaround zu schaffen. Die Maßnahmen sind getroffen. Jetzt muss ich erst mal zeigen, ja, entfalten sie auch wirklich ihre Wirkung? Entfalten sie das, was man erwartet oder das, was gewollt wird? Dementsprechend ist der negative Kurs, den wir ganz zum Anfang gesehen haben und ich zeige ihn noch mal nach oben, etwas gerechtfertigt. Und ja, die Aktionäre sind vielleicht noch nicht ganz überzeugt von der aktuellen Strategie. Nachhaltigkeit, die Zahlen, die müssen erst mal stimmen. Das heißt, hier muss erst mal der Blick in die richtige Richtung gezeigt werden, dass vielleicht auch wieder Investoren einsteigen. Insbesondere auch dadurch, dass sie aktuell keine oder kaum Rückflüsse über eine Dividendenrendite sehen. Wir sind bei 11 Uhr und ja, ihr habt einige Fragen noch mal gestellt. An der Stelle, ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne rein. Ansonsten verabschiede ich mich. Heute Depotrückblick für das Gesamtdepot in das Q1 im letzten Jahr. Um 15.45 Uhr hier quasi wieder live. Wir gehen durch die Post durch. Wir werden auch noch mal sagen, an welchen Stellen wir aktiv werden. Es wird ein paar Neukäufe geben. Es wird ein paar Verkäufe geben. Und ja, genaueres dazu heute. Wie gesagt, um 15.45 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020